Yo Leute, das ganze Kanal auf YouTube! Und Leute, bevor das Video beginnt, gebt ihr erstmal den Quater-Code. Landvik im Item Shop ein. Danke für den ganzen Support. Bei mir sind überall Margezeichen. Ja egal, bei mir auch. Das war meine erste Runde die Startspiele. Jaja, aber hier unten ist so ein Keller, ein Bunker mit richtig vielen Boxen. Oh, hier? Jaja, weil wenn du... Was machen wir überhaupt jetzt? Ja also, aber wir brauchen zwei Waffen. Also wir zeigen euch die stärkste Kombi, die es momentan einen Vorteil gibt. Oder eher gesagt die beste. Ich glaub, Epic Games sollte die lieber rausnehmen. Weil die ist einfach so krass. Ja, ich weiß Abi. Und dafür brauchen wir einfach nur zwei Waffen. Ja, ich bin dead. Ich nicht, glaub ich. Das war, wo ich hingegangen bin. Ja, bitte. Mein Gott. Keine Ahnung. Oh! Was ist denn ein Bot gekippt mit einer Pistole? Der gibt mir Headshot oder so. Ehrenlos. Da sind viele Bots auf. Oh, du hast in mein Leben gesehen, wie ich den auf T-Shirt habe. Abi, der bei mir ist slow. Warte, warte, bei mir ist slow. Ich hab den geshittet dann. Ich hab den Mongrei Classic. Und Box Fisch vielleicht, weil ich es dann nicht habe. Ich hab einen. Sind da viele bei dir? Ich hoffe schein. Keine Ahnung, sind dead, glaub ich alle. Oh, ich hab viele Bots schon bei dir. Sehr viele. Soll ich Granaten reinwerfen? Keine Ahnung. Meine Granaten. Na falsch. Ja, chill. Hab einen. Endlich. Wo auch einen? Da, Gegner, Gegner, 3, 3, 3, 3, 3. Nochmal, brenner. Ich hab OP-Kombi jetzt. Guck jetzt, guck jetzt. Was? Nochmal 13, John. Wo ist der? Nochmal 9. Hab ihn. Ja, wo glaubst du? Aber ich hab die OP-Kombi, die ich meine. Wirklich? Ja. Ja, ich hätte da Feuerwehrchips in Solos versucht. Ich hab nie die Waffe bekommen. Gegner, John. Ich hab keine Mets. John. Ich komme. Wo sind die? Nein. Hier bei mir. Bitte nicht, wenn ich einen Judgeschieds. Was mache ich denn? Der Slow. Ah, Werbegels. Nein, nein. Der Finish. Oh mein Gott. Was? Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab das bei TikTok gesehen. Das übel OP, die Kacke. Ey. Ist das das, womit du gegen den Durchwände schießt? Ja, ja. Und du, das... Die werden das Zelt nerven, ne? Ja, das zeigt ja... Ja, ja. Das zeigt ja Gegner. Deswegen... Du brauchst einmal diese und einmal diese Waffe. Oh, nett geht. Du brauchst diese beiden Waffen. Warte, warte, lass ich kurz gucken. Das eine sieht aus wie ein Granatwerfer. Warte, hier habe ich. Die habe ich. Ja, jetzt brauchen wir noch diese Sniper. Ich hab nur zwei Muni. Was brauch ich dafür? Ja, nein, nein. Das reloadet die ganze Zeit. Du kannst jetzt den Kunden beides abschießen. Oh, miss jemand. Warte, oh, miss jemand. Warte, oh, miss jemand. Guck jetzt, habe ich. Ah! Oh, da kipp ich auf einen. Ah, ich bin dead. Was kann ich nicht bauen? 66. Hab einen. Ich bin low. Ja, ja, ja. Schieß mal auf den Boden. Ich finde es. Ich hab keinen. Abi, slap kann ohne. Niemals mit. Warte, guck jetzt. Warte, guck jetzt, Abi. Warte, guck jetzt, warte, 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 guck jetzt. Trumpet ist da. Hä, ich treffe ihn nicht. Komm, die haben das. Nein, haben die nicht. Warte mal. Und ich mach das schon. Warte, warte. Nein, 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 nein. Ich will das den zeigen. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Ich will den Leuten zeigen. Oh mein Gott, Abi. Ich brauche mit. Ja, ja, die hat einen Lama. Der vor mir? Ja, ja, mach das. Ich habe eh eine. Sniper. Warte, lass ihn sich einbauen. Lass ihn. Komm, 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 komm. Ah, warte, der ist schon. Ich habe keinen Aim assist. Der ist slow. Dead. Boah, ich hatte gerade nur Schwitzer in Solos, ne. Aber... We boost. Ja, ja. Warte. Ich habe nur eine graue Pump, Abi. Der Sniper King Jump, wo ist der da? Oh mein Gott, ich sag doch, ich bin Sniper King. Ich sehe ihn auf. Ich sehe ihn auf. Ja, ja, warte. Der trickt sein Mate. Ah, ich schieße das Ufo ab. Ja, ich schieße das Ufo ab. Ja, ich schieße das Ufo ab, bitte. Ey, ich schlau auf so einen Ufo. Ja, wir können das gleich schonen, wenn du willst. Das ist out of song gerade. Oh mein Gott, 260! 260! 260! Und seine Fritze! Ah, mein Sohn! Ist mir egal. Ich habe schlappt den. Ich habe den geschüttet. Ja, dann lass es Ufo suchen. Der Mate ist da. Ja, ja, ja. Der nimmt, der nimmt wieder. Das explodiert, Abi. Das explodiert. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, Abi. Das wird explodieren, glaube ich. Noch nicht. Abi, komm, ich fahr das. Ich fahr das. Komm. Hä? Ich dachte, wir haben es kaputt geschossen. Nein, nein, das rebootet sich wieder. Ey, mich steig ich ein! Ich steig ein! Ich steig ein! Vier Eck! Vier Eck! Warte, ich habe so einen OP-Trick auf TikTok gesehen. Warte. Ich werde jetzt noch einen OP kombinieren. Die Leute, ihr müsst die nachmachen, dann gewinnt die Gefühle schon jede Runde. Abi, fiel uns mal hier und zwar mit dem Zweck. Ja, ja, ich schieße doch hier. Wo bist du? Ja, du kriegst nichts. Doch, jetzt. Kannst du nochmal schießen? Ich schiebe die Leute. Ja, warte, warte. Ich schiebe die. Geh mal runter! Ja, wo leid es? Ich habe hier zu... Nein, chill! Wo, Abi? Auf meinen Marker, Jan. Ich kann hier nicht schießen von hier aus. Ich seh die nicht. Der schießt doch auf uns. Geh runter, Jan. Geh bitte runter. Abi, wir werden abschützen. Wir werden kein Volldamage bekommen. Ja. Immer kein Volldamage, wenn ich springe. Doch, wenn du springst schon. Das ist ein Bot. Ey, das explodiert, das explodiert, das explodiert. Ja, fuck, unser Teil ist kaputt. Hast du. Easy, Jungs. Ich bin noch der neue Pro geworden. Nee, ich schiebe. Brauchst du Minis? Abi! Nein, nein. Abi, Abi, geh raus, geh raus. Geh in deine Cone rein. Du musst in deine Cone rein. Du kannst das nur so kontern. Ich habe Jumphead geplaced, ne? Wo ist das? Oh, hinterher irgendwo. Ich bin der Snapper noch nicht so gut, Digga. Ich muss kurz sehen. Er schießt einfach, wo ich nicht schießen. Alles. Da sind welche. Diese welche. Der bleibt drauf. Ja. Diese scheiß Waffe! Was ist das, Lapinrusse? Abi, chill vor mir. Diese Waffe ist ja so schlimm. Hey, Jam, was ist das für eine OP-Waffe? Abi, chill, chill, chill. Die schießen auf mich damit. Reboot mich. Wala, ich weiß nicht, wo der ist mit der OP-Waffe. Der ist hier, der ist hier irgendwo. Aber der kommt gerade in deine Richtung. Bei mir, die sind auf jeden Fall da. Reboot mich, reboot mich. Fast, 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 fast. Geht nicht. Der bleibt sich runter und so. Der ist in meiner Box drin. Ja! Wala! Der ist in meiner Box drin. Ja, komm. Ja, komm. Das noch nur rum bekommen. 37, einer Minus. 50 auf ein. Das ist dead. War doch. Ey, die Käpte hinterm Baum. Ja, ich hab einfach den. Der kommt nicht. Der kommt nicht. Der kommt schnell zu mir. Ja, der eine wollte nicht. Der ist über die, der hat das untergefallen. Das macht voll die ekligen Geräusche. Ja, der schießt einer mit der Waffe. Geht raus. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Eine Solo über dir. Oh mein Gott. Der ist solo. Der ist solo. Ja, der ist solo. Reiß dich, Api. Komm, schnell, schnell, schnell. Abi. Hä? Was liegt hier von euch? Komm mal. Ich gehe aufs Jumppad. Nein, nein. Da liegt voll die komische Waffe, Abi. Ja, wir holen hier. Boah, mach mal diese Scheiße da kaputt. Das ist voll laut. Bei mir macht das gar keine. Ey! Ich hab keine Mets mehr jetzt. Ja, der used diesen Trick, Abi. Was? Ich war mich am Healen. Ich hör doch, dieser Trick ist OP. Nein, Digga. Diese Ufos sind doch OP. Alter, was geht hier gerade ab, John? Ich denke es nicht. Okay, was passiert hier? Ich weiß es nicht. Nimm mich mit, Johnny. Nimm mich mit. Geht das? Ahaha. Abi, schlepp nicht mit und zieh durch. 29 AP, 29 AP. Ja, warte. Wir müssen ein bisschen mehr durchziehen. Ja, du musst runter. 20. Ja, die verfolgen mich. 17. Nein. Ich bin fast in Volldämmung gestorben. Bau nicht, bau nicht, bau nicht, bau nicht. Ich kann schon, ich muss mich schon wieder aufs Keyboard ressen, ne? Andrei! Oh mein Gott. Ich werfe auch nochmal Nails. Mach. Der stirbt, glaub ich. Der stirbt, glaub ich. 100 auf den. There is one HP on me. Er hat keine Mäze. Er hat keine Mäze. Er hat keine Mäze. Er hat keine Mäze. Doch, er hat's ein paar mit. Ey, hinter mir! Oh mein Gott. Ich hab das beste ARM, Can. Warte, hab ich. Brauchst du jetzt nicht? Nein, das ist nicht. Er ohne P9 gibt mich. Das ist one. Hab ihn. Das ist ein Repetier-Scharfschützengewehr. Ich such noch ein bisschen nach Gegnern. Hier oben war glaub ich jemand drin. Ja. Hier ist einer. Ist mal den Gegner? Mhm. Dead? Brrrr. Ey, diese MP ist auch AB. Das ist one. Hab die, hab die. Willst du diese MP spielen, AB? Die ist OP. AB chill, push den nicht, bitte. Spät. Oh mein Gott, ich bin dead. Nein, bitte. Zieh mir die Jumpe durchfam mich. Oh mein Gott, Can. Aber die werden schon Luftlasern. Die werden schon Luftlasern. Ja, ich bin dead. Ich bin dead. Ich bin dead. Ich hab einen low gemacht. Ich bin trotzdem dead. Ich bin trotzdem dead. Ich steh mir mit dem Madgeekon. Ich bin extrem gefährlich. Ich bin voll schlecht. Shitcrack. Das ist noch nicht weit. Was? Oh mein Gott, auch nicht schießen auf mich. Ich bin normal da, ey. Werd gesplieft. Werd gesplieft. Ich komm zu dir mit Jumpe. Nein, ich komm wieder zu dir mit Jumpe. Nein, nein. Wo bist du denn? Ey, das Ufo fackt ab. Wie schieß das grad runter? Ich hab das Slow. Der wird jetzt unterfallen. Der wird runterfallen. Ah, ich fack neben Biggie Waza. Ich hab einen dead, hä? Na ja, der ist ein Ufo gestorben. Der andere auch. Hä? Du hast zwei dead. Ah, das explodiert, deswegen. Ja, ja. Die Idioten. Kommt irgendwo raus. Ja, Ufo sind einfach OP. Digger. Runack auf einen. Ja, wo sind die denn? Die haben nichts geblieben. Nichts geblieben. Na ganz unten. Runack auf die. Runack auf die. Gehen lieber auf die. Auf welche? Auf die Jumpe. Ich hab keine Eier, meine ich. Warum? Hast du noch einen Jump-Hit? Nein. Oh mein Gott. Ich wurde überlasert. Aber wie geht das? Ich hab ne Spaß. Dead. Meine Spaß. Ich hab's dir nur die Spaß. Ich hab's dir nur die Spaß. Ich hab's dir nur die Spaß mehr gehabt. Ich hab's dir nur die Spaß mehr gehabt. Ja. Ich klau dir jeden Kill. Na dann. Kunat auf den. Ja. Kunat auf den. Kunat auf den. Der andere ist lieb. Puh, ich hab den geklippt. Der andere hat mich gefühlt geklippt. Oder er schlecht ist. Let's go, Abi. Hast du den auch geklaut jetzt? Nein, den hast du gekillt. Nein, den hast du gekillt. Egal, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo oder aktiviert die Glocke. Filter gut kennen. Willst du noch was sagen, Adi? Nein Leute, haut rein. Tschüss.